Ja fuck, die Scheißkiste rennt mal wieder nicht und ich habe keine Ahnung warum. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Test 1 YouTube-Plugin, talalala, ein bisschen basteln in der Werkstatt. So, jetzt schalte ich den ersten Schaltkreis ein. Zack. Den gebrauchten Monitor. Zack. Jetzt den blauen Knopf. Zack. Das Gerät wird die Zugrouten vermutlich, oder auch nicht. Okay, ich gehe ins Setup. F2. Zack. F10. Zwar schon. Advanced. Okay, ich gehe mit Escape. F10. Ja, pack. Gucken, bootet das hier rum. Ja. Mal gucken. Raum läuft. Dies, das. Okay, mehr passiert aber anscheinend nicht. Ich werde das nochmal bearbeiten. Dir. Dろ. Dろ. Untertitel. Für mich.